Ja hallo, wenn sie mich nehmen ist gut, wenn sie mich nicht nehmen ist auch ok, das juckt mich nicht, das kratzt mich nicht, weil eigentlich bin ich hier in China. China ist gut, viele Leute, manche süß, andere sauer, wenn die Chinesen sagen Araba, sagen sie Alaba, finde ich gut, bei Freistoß ist immer chinesische Mauer, finde ich selber witzig. Ihr Unternehmen ist sicher auch gut, kann ich ihnen gern was sagen, sie mir was sagen, sage ich das im Video. Ist ja lustig, dann reden wir darüber und dann passt. Und sonst passt auch. Tschüss.